na super das wird genauso offen und da geht es auch weiter ich kann mit dem Hintern wackeln ich weiß noch nicht wie ich das gerade gemacht habe, aber ich habe es gemacht also bist du eine Mixtur von Shakira und Scott Hall das ist auch die beste Mischung die man sich vorstellen kann das ist also eine Hoppala ein besoffener Kerl, der mit Arsch wackeln und schlechte Musik macht ja schön, dass du mich mitgenommen hast ich muss ja immer auf dich warten interessante Physik wie war das vorhin mit der Physik ja jetzt nicht mehr und aber einen schwarzen, bösen Bowser Schatten-Bowser aber den kriegen wir auch klein wir sehen es ja nach guter Alters Mashbar, dass man hier seine Prozente hochkriegen und aus der Plattform hauen und wir haben zwei Leben weniger auf einmal wir sind nicht feige, wir verstecken uns weg, 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 zu spät jetzt, das habe ich versucht oder 23 das war es ja schon fast wieder aber er bleibt hartnäckig, damit vielleicht schön, dass wir uns beide nur noch darum kümmern, wer das Item bekommt und ich habe es dann endlich geschafft mutig, mutig doch, es war nur eine Kopierung eine Kopie meine ich das ist mal ein Rock-Button von ganz oben aus Dickdree war es, den ich vorhin Dickdree, das ist eine der ersten Generationen von Pokémon und Andros würde man sagen, wir hauen jetzt noch mal ein Level hinterher das machen wir doch glatt das ist der verlassene Zoo ich sage, man spielt neue Charaktere ich glaube, ich befürchte auch schon dass ich weiß wen Och ne, ja ich weiß ja das heißt, wir werden jetzt erstmal failen, weil ich mit denen nicht umgehen kann Emo Lukas Dramatische Musik Ja, dass man hier die Hüfte ja in der Standard sonst was sieht Du oder sogar seit 2 Lukas unterwegs Ach, den kommen wir natürlich nicht mehr an Ne, seit dem Air fliehen Das hält das natürlich nicht auf, da kann man auch locker drüber springen auch Respekt, wenn man so hoch springen kann Kannst du das etwa nicht? Natürlich ich kann rennen wie Usain Bolt und springen wie Lukas Wer kann das nicht? Interviews gehen wie Lukas Bulawski, also äh, also, äh, Fußball Der blöde, der blöde Dieser Golem da hinten ist aber schon langsam Also, ne wirkliche Gefahr, stellt er nicht da, ne Aua Vielleicht sollten wir's bisschen spannender machen Oh Gott, Hilfe Naja, spazieren wir einfach vorhin lang und lang Die machen einen aus seinem Fischer Weil uns keiner sieht Wer ihn noch überhaupt nicht verfolgt, du gehst zu schnell, das tut dir weh Das tut mir weh? Ja, wenn du aus dem Bild kommst, ziehst du Prozente Das merke ich jetzt erst, bzw. ich hätte jetzt nicht gemerkt, ob ich das nicht gesagt hätte Ist er nie aufbunden? Nein Ah, jetzt bin ich drin Da ist es ja Wie war das mit, der stellt keine Gefahr da Bist du gestorben? Herzlichen Glückwunsch Sie sind bei der einfachsten Flucht links gestorben Jetzt pass auf, jetzt bin ich draußen und Das zieht mir aber, pass auf Tut mir was drauf Das hat ja in der Hand ein Buch und eine Schleuder Wie kann man das hinkriegen? Stimmt, wie schafft ihr das? Auf die zwölf Auf die zwölf Noch so'n komisches Kind Der hat ein Ziel gelassen, du lässt mich im Arsch Und eine Spinne kommt hervor, ich mach jetzt Zufall Oh, äh, ist ja unpraktisch, wenn ich auf dem PC dabei schaue, weil da auch die Aufnahme auch gerade zu sehen ist So, ich bin, äh, Lukas, du bist Ness, wenn ich's richtig erkenne Und jetzt haben wir dieses Spinnenviech Und lustig Parki Das mich aber volle Kanne einfach mal Dick die Fresse poliert Was denn das ist nicht Parki, sondern Porki Achso, ich find Parki besser Für mich ist es Parki Hallo Parki Ja, genau, man kann ja hier zaubern Wichtig spielen Und da ist das nächste Leben weg Bisher hast du durch die meisten Leben verloren Was mich sehr berügt Kann ich die auch noch vorne schießen? Nein Warum nicht? Was nach oben? A, äh, oben und B und dann blinken Ach, sowas kann ich hier überhaupt nicht Hieß es doch ganz einfach, zack Dann kommst du dich mal an die Nahe, zack, äh, gar nicht gut Nein, 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 das ist eigentlich gebraucht Jetzt müssen wir uns richtig ranhalten Ja, nämlich gar kein Leben mehr Wenn man tot ist, ist man tot Weg, 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 weg Ja, weg ist das richtige Stichwort Auf geht's, Lukas, auf geht's Oh je Ah, das wird schon Und da ist er besiegt, ich habe ihn besiegt Ich glaube, ich bin mal laut auf die Schulter, damit man es hört Ich hoffe, man hat es gehört Ja, die muss es nachher In der Post-Production einführen Es läuft ja alles so bei uns Eben ILM Art Weiß nur keiner Ich bin auch schon für Lukas Der hat's schon drauf Der hier aber nicht Der hier aber nicht Und er schossen Das hat er jetzt davon Aber er hat mit Grinsen getötet Willst du dir auch den Bart so schneiden, wie Varios hat? Natürlich Ich bin auch ein großer Fan von Schnurbeerten Muss noch ein bisschen mehr saufen, damit du diese Nase bekommst Noch mehr Noch mehr Wenn er schon von Pokémon spricht Jetzt hat er endlich wieder einen Freund gefunden Da ist der komische Poké-Wicht Du bist dran Du bist dran Ähm Der heißt... Shigi, Shigi, Shigi Du darfst der Trainer sein Den Trainer spielt man ja gar nicht direkt Sondern die Pokémons Pokémon Das schaut ja nett aus Ich glaube auch dabei, die erste Generation der Pokémon ist auch die coolste Das mag sein Das ist so Was will das bei einem einigermaßen Pokémon-Kenner sagen Ich glaub dir das einfach mal aufs Wort Vorsicht stacheln Pokémon Blau war auch das Pokémon-Spieler ich am meisten gespielt habe Ich hätte da so ein Mega-Team mit irgendwie Level 90 Viechern Wollen ich da rauf, Shigi Mach's dich voll lohnt Er trägt das Schwert im Mund Kommt nicht schlecht Dann braucht die Arme da zum Gehen Ja, er wäre mal keine Schildkröte geworden Ist voll anders aus als die anderen Schildkröten Also wie Coopers Ich schieße mir mal vor Ich will's schaffen Ich versuche die selbst, weil ich das nie schaffe Bam, hat's funktioniert Voll ins Wasser Mhm Wo man auch was aufen kann Das sollte ich mal ein bisschen schnell sein, so Oh, da sind neue, neue Gegner, die Flues Dann nehmen wir doch mal einen mit Einen Flue nehmen wir mit Das macht dann einen Flue Und da ist der Pokémon-Trainer, der immer wieder mal vorgeht Die regeneriert mit der Energie automatisch Was ist das für ein scheißes Satz Dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup wenn man nicht weiter kann, solange man die Kicker alle... Du hast es gerade auch kein Glück mehr. Da geht nichts mehr bei mir. Die Fluss sind aber auch richtig gemein, weil sie ständig ihre Energie... Energie regenerieren. Was ist denn das? Ein schwerer Satz. Ja. Was machst du da? Du gehst gerade in die... Ich steh auf Stachel. Komm rein. Das ist aber fein. So, jetzt können wir endlich weiter. Wir haben nur noch ein Leben. Ja, dass du uns verbockt hast. Sieht auch noch eine Tür aus. Es war sogar eine Tür. Erstaunlich, erstaunlich. Das ist ein weiterer Spazieren. Der Pokémon Trainer folgt uns. Lebensmutig. Und da war neu. Das sah aus wie die... diese Pokémons, die... Pokémons... Die Pokémon, die explodieren. So schauen die aus. Das sind aber Ballos. Die aus ihren Augen neue entstehen können. Das musst du erst mal drauf haben. Ja, ich mach meine Augen so wie sie sind. Eigentlich auch. Ahhhh. Ja, urscht. Ich hab's. Ich komm nicht rauf. Bleib ich halt hier auf. Sieht aus dem Power Ranger. Da unten, siehst du, ja, bist du? Wieder dieses... ...Dingsportal kaputt machen. Sieht ja gar nicht gut aus. Wir haben auch schon 113 Prozent. Können wir nur hoffen, dass das Level bald vorbei ist. Ja. Sonst wird's eng. Oh, ha. Krampolin! Auf, aber viel auf. Pokémon Musik im Hintergrund, glaube ich. Das ist noch mal eine nette Vögelchen, die da rauskommt. Diese Fluss nerven mich. Ja, diese ehklaften Scheißfluss. Sehr schön. Das muss ich alles wegfuttern. Aber bringt nicht viel, ich hab immer noch über 100 Prozent. Ich geh feiern. Der ist doch noch gar nicht alt genug zum Feiern gehen. Weiß er nicht in dem Universum. Vielleicht ist er schon 108. Das kann natürlich auch sein, man weiß es ja nicht. Also wieder Poons und viele Primiden, die wir jetzt halt einfach mal alle schön wegvernichten werden. Ich glaub, mittlerweile erkennt man auch was sie vorhin gemeint haben mit, äh, äh, Klopperei der alten Art. Ja. Da sollten wir unbedingt drüber kommen. Beide sogar, haassungsweise mit Drabur erledigt. Schiggy hat dabei sogar noch ein schönes Rad geschlagen. Ein Rad-Schlag, sozusagen. Ich find das ja immer noch gemeint, dass die diese armen kleinen Viecher in diese Bälle einsperren. Pokémon ist nicht gerade, ähm, wie hat man das brauchbar? Es ist nicht brauchbar. Pokémon ist echt nicht brauchbar, das kannst du nicht bringen. Natürlich ist Pokémon brauchbar, das sind richtig tolle Spiele. Also, ja, so. Aber da gibt's auch ein Wort dafür. So für Kinder, der Verhalten nicht beeinflussen darf. Vorbildlich oder so? Ja, irgendwie sowas. Weil, ich mein, die fangen einfach an, wenn die Tiere lieb und brav auf der Weide spielen oder sowas. Ja. Und dir fängt die in kleinen Pokémon hin. Und dann zu Kampf lassen, die sind wieder raus. Das find ich nicht nett. Ja, genau. So gegenseitig ankämpfen. Aber, ich muss nochmal sagen, Pokémon ist brauchbar. So. Jetzt siehst du wieder den Hass von deinem ganzen 50 oder 50 plus Abonnenten auf dich. Wovon vielleicht dann 40, 30, 20, 10, 1, 2, 3 Pokémon-Bespiele haben. Jetzt will ich erst mal wissen, wie viel... Ui, Romm beblast. Wie Sims-Musik. Toll. Ähm, wir gehen jetzt mal kurz in die Daten. Nicht, wir gehen nämlich in den Tresor. Zu den Trophäen aufklebern und wir schauen, wie viel Trophäen wir jetzt mittlerweile haben. Die Nase. Nase. Wir haben 243 Trophäen. Ist schön. Super schön. Und, äh, Statistiken, wie lang haben wir das mittlerweile gespielt? Da sehen wir es. 95, fast 96 Stunden. 4 Stunden fehlen also noch. Also im Laufe dieses Plays, wenn wir die 100-Stunden-Marke... Ihr seid dabei, ihr seid Zeugen von diesem historischen Ereignis. Genau, aber doch bevor das passiert, äh, werden noch ein paar Parts folgen oder Aufnahmen und das war's mit der ersten Aufnahme von, ähm, Let's Play Together Subraum-Emissaire-Modus. Macht's gut. Macht's gut. Ich dachte, du wirst noch große Reden schwingen, von denen das Spaß gemacht hat oder sowas. Ich hab, ich mach's kurz und schmerzlos. Aber nun gut, dann, ähm, ja, tschüss und bis zum nächsten Mal. Mit vier Steuerungsmodi. .